Servus meine lieben Freunde und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir ein fettes Opening. Was heißt fettes Opening? Wir machen den Step noch einmal durch. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, habe ich es leider nicht geschafft. Von Google Super Saiyan 4 Legends Limited zuerst lacht du. Ja, keine Ahnung, okay. Okay, ich habe wieder Nico an meiner Seite. Ihr wisst, was jetzt mal passiert ist. Kid Buu Eskalation Buu. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war geile Zeit und jetzt hoffentlich wieder. So Leute, ich würde sagen, ich kriege rein, wir machen noch mal unseren Glücksbinger im Hintergrund. Ich muss aber auch Musik da, also machen wir dein Handy nicht mal. Ich glaube, wir haben sie schon eingestellt. Ja, man muss uns jetzt gut hören. Also Leute, es geht los und ich bin so aufgeregt und ich weiß nicht, was ich noch zu sagen soll. Und ab geht's. Er sieht cool aus, deshalb will ich ihn haben. Okay, komm, mach einfach. Komm, Pottalanco. Tausender Serienbeschwörungen. Machen. Machen. Dann bist du fünf an. Okay, komm. Okay. Und? Warte, lass mich gucken. Oh mein Gott. Lass mich gucken. Nein, guck selber. Nein, egal. Lass mich gucken. Guck nicht. Drei. Drei Bälle. Drei Dino-Fort. Da waren Dino drin, Wickung und Bata. Wir haben nichts, Leute. Überspringen oder lassen? Überspringen. Überspringen. Jetzt passiert was krasses. Glaub mir. Jetzt passiert was krasses. Glaub mir. Jetzt passiert was krasses. Ich sehe nicht einen Kopf. Immer grün. Ja. Das heißt. Fake. Fake. Nee, muss nicht sein. Aber kann sein, ja. Geil mich schriegt auch noch was. Wissen, der ist so ein Multi hat. Aber ich fliege. Was macht der? Was macht der? Euch? Ah, ich will sich mal weiter. Ne, mal weiter. Zwei, drei. Komm schon. Aha. Das war richtig. Du bist besser. Ja. Das war richtig. Das war richtig. Wo ist mein Gefehl? Mein Gefühl hat uns ja auch fake aus. Ah, ich sag doch. Und was kommt? Müll. Pai Kuhan, Alter. Paterinko, Alter. Gib mir doch wenigstens den neuen Goku Black, Alter. Dass ich mich jetzt ein bisschen gut fühle. Ich glaube. Egal, jetzt geht noch weiter. Okay. Step 5. Immer 1000. Ja, leider. Schon teuer. Und jetzt kriegst du das Safe hier ins Parking? Nee, nee. Das gibt's gar nicht. Nur Ticket halt. Hey, was ist das immer mit grünem Hintergrund? Was sagt der heute? Ich weiß nicht. Was? Ja? Ja, aber der hat immer grünem Hintergrund. Ich verstehe das so. Kann man auch wohl machen. Ja. Und damals schon fake. Immer das, gell? Ja. Aha, Fake out. Ich sag's dir. Was ist denn los mit dem Account oder mit dem Banner, Alter? Ich schwör's dir. Wir pullen und pullen und wir kriegen den nicht, Alter. Ja. Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Wie oft kannst du noch? Einmal? Ja, einmal mache ich noch. Also, letzter Stopp. Ja, fertig. Und dann noch ein Ticket halt. Ja. Reicht. Ich verstehe das mal. Das ist gut. Jau. Was ist das? Der hat sich doch der gewählt. Ich gehe mal aus und du kannst du gehen. Dannasch ich mich doch. Ich gehe mal aus. Kassel, ich warte, die du aus. Das macht mich. Und du kannst das mal? Ja, ich gehe... Ich höre, der Banner hat mich schon verletzt, ich weiß nicht warum. Jetzt haben wir die Filter von den Hintern. Hast du aber einmal mehr geraucht, oder? Nein, man kriegt aber nichts weiter. Was soll da rauskommen? Ich glaube, ich habe keine Wahl. Da muss ein Filter passieren. Das Ding hier ernst. Das war wirklich nichts. Das wird auf jeden Fall nicht mehr. Oh mein Gott! Du Fiechse, das ist ja falsch. Nein, echt? Nein! Also ich dachte, das wäre der, Alter! Das ist nicht traurig, ich habe mich so gefreut. Oh, Alter! Ich sehe nur Vierfache, Digga! Das ist echt nicht der! Nein! Wie sieht denn der aus? Wie sieht der andere aus? Der andere sieht anders aus. Alter! Nein, Alter! Ich dachte echt, das wäre der gerade. Der andere sieht so aus. Voll planiert, Alter! Ich kann den nicht kriegen! Wieso? Voll planiert, Alter! Soll ich noch einen Dissgang probieren? Nein, wieso? Alter! Ich meine, ich kriege es da, Alter! Das ist nicht so aus. Ja, das ist ja gut. Ich hoffe gerade. So lange habe ich noch keinen Bock noch bestellt. Das ist die ganze Zeit, denn ich habe mit deinen Investoren, wie man den Scheiß bekommt, Alter! Wie will ich so noch ein Dissgang? Ja, das ist ja auch ein Dissgang! Zwei Hörner, mein Mann! Ich schreibe jetzt wieder auf jeden Fall nochmal den Fall. Toll! Wieso, ich habe gerade 10.000 Euro für den Fall, Alter! Da habe ich nur noch 10.000 Euro für den Fall! Ich habe nur noch 10.000 Euro für den Fall! Ja, 10.000 Euro für den Reichen dabei, Alter! Du willst du dich nicht mehr weiter wegden, Alter? Ich habe eine Sperre. Ja, komm, Alter, scheiße. Der hat nichts gegeben, Alter. Der hat echt einen Scheiß gegeben, der? Ja, Mann. Guck mal. Man ist spannend, oder? Ja, der. Pan. Der braucht Pan. Die ganz Alte. Ja, aber... Ich mach jetzt noch einmal. Wenn das wirklich scheint, dann höre ich auf. Dann scheiße ich drauf. Ja, dann mach ich lieber auf. Ja. Weil, Alter, was geht das, Alter? Die deckung scheiße. Hat lange getan? Ah, ja. Jetzt haben wir Legends Limited. Endlich. Aha. Es ist garantiert. Wenn du sagst, dass wir Legends Limited. Das heißt? Das heißt, dass... Das heißt, dass... Das heißt, dass... Nein, nein, nein. Aber Legends Limited. Das heißt? Das heißt? Das heißt... Das heißt, dass... Das heißt, dass... Das heißt, dass... I need you. Jetzt bin ich so schwarz gleich. Du hast ihn? Nicht. Digga, was war das gerade für einmal? Der kommt zum zweiten... Der kommt bei mir auch schon zum zweiten Mal. Da war so eine schwarze Schlitz? Ja, ich schwöre so. Der kommt schon bei mir nochmal, ja. Der habe ich schon mal bekommen. Ich schwöre gerade. Ich habe Gohan jetzt zweimal bekommen und den. Ich schwöre jetzt mit dem Banner, Mann. Ich schwöre jetzt. Ja, ich schwöre jetzt. Kotz mich an, Alter. Ich schwöre auf Gott. Geht nur auf den Sack langsam, du Hurensohn, Alter. Ja. Das ist voll spannend, Alter. Ist das noch gut, oder was? Ich verstehe das nicht, Junge. Ich meine es ernst. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich auch aufgeführt. Soll ich auch filmen, oder? Ja, kommst du schon mal machen dafür. Zweimal. Boah, hart, Alter. Boah, schon viel. Schon viel, Alter. Ich glaube, es wird eben wieder scheiße kommen. Ja, komm ich halt. Die letzten zwei, komm. Auch nach ruhig, auch nicht früher. 10.000 Alten, Alter. Ja, ja. 100 Prozent. Weißt du? Ich glaube, gar nicht bei dem Banner. Du und ich. Let's go. Alles gleich mal Fake Oats. Oh mein Gott, du hast ihn. Ja, endlich, Alter. Du hast ihn, Alter. Du hast ihn, Alter. Ja, Mann. Geil, endlich. Ich gucke so leer gegen Schwimmepid, Alter. Geil. Geil. Okay, ich bin nicht zufrieden. Die haben dir einen extra gezeigt, Alter. Ich habe übersprungen und die haben dir noch gezeigt, bevor ich übersprungen. Ja. Was soll ich noch einmal machen? Ja, ein, 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 ein. Ich habe letztens aber für Gogeta mein Ding verschwendet. Und meinen Multiplikator. Nichts, ob ich nochmal richtig hingucken, ob es da ist. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja. Die Nudum werden auch gleich sehen. Ja. Ja. Get ready. Ja. Rolli. Nein, schade. Ja, es geht auch gleich. Ja, endlich habe ich den, Alter. Ey, ich bin doch. Ich bin doch nicht. Ich kann nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Voy, Rolli. Rolli. Kremi. Hahaha. Kremi. Kremi. Kommt. Du ab! Ja, war nix. Ich kann da auch nicht fahren, ne? Noch eins mit dir, aber wir sind fertig hier. Also von nun an mache ich nicht weiter. Von nun an haben wir noch das. Vielleicht kriegen wir ihn noch einmal, dann drei Sterne. Passt. Ja, wie hoch ist man? 5 Prozent. Auf jeden Fall nicht. Bei so einer Animation auf jeden Fall nicht. Da kommen wir gleich mit. Das ist bei dir deinem Topo. Ich krieg die bei dir. Die überall durchziehen. Habe ich auch noch auf jeden Tausend Sterne. Egal, wir haben ihn gezogen. Passt, ich bin fertig. Bitte mit dem Baum jetzt gleich endlich aufhören, wenn man gut schlafen geht. Gut. Passt. Leute, das wars dann von mir. Haut rein. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao. Come? Bo, vem da. Hey.